Mein Name ist Stefan Diefenbach, ich bin Geschäftsführer im Weltladen Bornheim und Mitglied des Pfarrgemeinderates in St. Josef. Advent ist für mich eine Zeit der großen Erwartung. Nicht in Bezug auf das Abendessen am Heiligen Abend, nicht in Bezug auf die Geschenke. Es ist für mich die Zeit großer Erwartungen an Gott selbst. Die Adventszeit ist für mich sehr, sehr arbeitsintensiv. Es bleibt wenig Zeit für Besinnung. Aber wenn denn mal ein Moment da ist, dann kommt mir ein altes Adventslied immer wieder in den Sinn. Sozusagen mein Adventslied Ohrwurm. Oh Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel für. Was für eine Energie. Und ich hoffe und erwarte und glaube, dass diese Energie sich auch heute entfalten kann. Und bestürme Gott, dass er auch heute noch die Himmel aufreißt, wo es dunkel ist, wo es bewölkt ist. Dass er auch heute noch Türen aufstößt, wo Ein- und Ausgänge versperrt sind. Dass er auch heute noch Riegel sprengt, wo Menschen weggesperrt und ausgeschlossen sind. Ich hoffe, dass dies auch heute geschieht. Und wenn Sie mich fragen, worauf ich mich besonders freue im Advent, dann sind es die Plätzchen meiner Mutter. Vielen Dank.